Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Survivalists. Meine Damen und Herren, seit der letzten Folge hat sich einiges getan. Ich habe eine riesige Menge an Eisen gefarmt, an Kohle. Ich habe mit dabei auch eine Brustplatte. Ich habe auch ein bisschen weiter an den Boden noch weiter gegraben. Eine Höhle. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt hier mal runter und ich grabe mich noch mal ein bisschen tiefer. Oh, 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 oh. Das Video geht jetzt zwei Sekunden und ich werde direkt angegriffen. Rein da! Frik! Komm! Komm! Oh! Die Spinne, die ist... Egal. Ich würde einfach sagen, Leute, ich grabe mich jetzt kurz einfach mal weiter rein. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was gefunden habe. So, Leute, ich habe hier... Oh! Ich habe hier eine Höhle gefunden. Ich habe hier ein bisschen ausgeleuchtet, aber ich gucke sie einfach. Das ist eine Skelette. Ich habe das auch Lava. Ich werde sterben. Oh Gott. Ich habe kein Schwert mehr. Egal. Alter, wie viel ist hier? Wow! Wow! Holy shit! Ich werde reich. Creeper! Oh Gott! Alter, diese Höhle ist einfach eine Falle. Hier sind überall Monster. Alter! Alter! Alter, ich glaube, wir sind fast ready zum... Äh, für's Netter. Für's Netter, glaube ich. Und Essen sieht auch ganz knapp aus. Oh man, ich rege nicht mehr. Damit... Oh nein. Das ist das Skelett. Das ist das Creeper. Ich habe zwei, drei Mal hintereinander nicht getroffen. Und ich habe kein Essen mehr. Oh nee. Ich gehe einfach durch. Werde ich das überleben? Ja, Gott. Sei Dank, Alter. Knappes Ding, Leute. Nur fürs Farmen. Das war doch gar nicht knapp oder so. Nö. Ich muss erst mal recken. Dann machen wir uns gleich wieder auf dem Weg zurück in die Base. Oh nein, was war das? Alter, wie viel? Eisen ist denn hier? Das ist ganz wichtig, wenn ich ins Netter gehe. Ich gehe mal kurz hier noch weiter. Noch eine Schlucht. Oh Gott. Ich wäre fast da runtergelaufen. Oh man. Was ist das hier? Schnell weg. Oh Gott, Mann. Oh nein. Bleib bitte da. Vielleicht nichts zu tun. Ich gehe einfach nur ganz schnell weg. Oh nee. Shit. Wie komme ich da vorbei? Scheiße, ich dachte, die geht so gut. Fight it. Ja, 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 ja. Mal schnell durch. Einfach mal schnell durch. Sackgelegt. Oh Gott. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Oh Gott. Oh Gott. Kommt hier irgendwas mit? Nein. Okay, lauf. Lauf. Alter. Ist das brutal für meine Nerven. Schnell schlafen gehen. Puh. Oh Gott, ich glaube, Essen wird das größte Problem. Ich glaube, ich mache mich auf die Suche jetzt. Ich muss ja jetzt mal was zuerst empfinden hier. Ein paar Tiere. Ja, hier kein Hungertod sterben. Oh Mann. Ich glaube, es ist ein bisschen zuerst. 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 Hühnchen! Endlich! Endlich!